Nun wollen wir einmal einen Planner in ein Team und dort speziell in den Kanal Planung einbinden. Dafür müssen wir den entsprechenden Kanal in unserer Teamstruktur auswählen. Und wenn wir den Kanal geöffnet haben und dieser Kanal noch recht neu ist, sehen wir auch diese Übersicht hier. Und nun haben wir die Möglichkeit, einmal direkt auf die Kachel Planner zu gehen oder über das Plus die Registerkarten zu öffnen und hier dann den Bereich Planner auszuwählen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, über die Tasks vorzugehen. Das werde ich euch in der Infobeschreibung einmal hinterlegen. Als nächstes müssen wir den Namen unseres Planners wählen. Hier sollten wir, wenn eine Namenskonvention vorhanden ist, diese auch auswählen. Haben wir nun die Namensgebung eingegeben, können wir das Ganze mit Speichern bestätigen. Im Vorfeld können wir uns noch dafür entscheiden, die Erstellung des Planners auch in unser Team in den entsprechenden Kanal zu platzieren als Post. Alternativ können wir auch schon, wenn wir bereits im Vorfeld einen Planner erstellt haben, aus einer Liste von bereits bestehenden Plänern ein auswählen und diesen als Vorlage nutzen. Klicken wir nun einmal auf Speichern, wird der Planner auch schon angelegt. Wir kommen automatisch in die Plannerübersicht, können hier oben über die Registerkarten wieder zurückgehen. Hier haben wir nun unseren platzierten Post, dass es einen neuen Planner gibt, auch mit der entsprechenden Benahmung. Auch hier, wenn wir einmal hier draufklicken, kommen wir automatisch in unseren Planner. Gehen wir noch einmal zurück in die Beiträge, sehen wir auch, dass hier der ganze Bereich ein wenig anders aussieht. Also die Möglichkeiten, die Registerkarten automatisch einzubinden, so wie wir es eben gesehen haben, haben wir nicht mehr. Aber des Weiteren können wir hier oben wieder über die Registerkarte hinzufügen klicken und beispielsweise noch einen Planner einbinden. Somit ist es auch möglich, mehrere Planner in einen Kanal zu platzieren. Da seid ihr komplett freigestellt. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, den Planner umzubenennen, können wir das Ganze hier auch noch durchführen. Wir können diesen Planner auch entfernen. Die Umbenennung würde ich nicht empfehlen. Lieber würde ich den Planner löschen und neu anlegen. Denn wenn ihr mit einer Namenskonvention arbeitet und das Ganze dann auch später mit Project Online verknüpfen möchtet, solltet ihr die Umbenennung nicht vornehmen. Dadurch kann es natürlich im weiteren Verlauf zu Problemen kommen. Die Aufgaben werden nicht 1 zu 1 übernommen. Sie werden nicht synchronisiert. Sie werden nicht vernünftig abgearbeitet. Von daher, wenn ihr hier einen Fehler gemacht haben solltet, dann eher auf Entfernen gehen, neuen Planner anlegen. Das ist nicht so fehleranfällig wie das Umbenennen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr einen neuen Planner anlegt, Aufgaben aus einem anderen Planner dort hinein zu kopieren oder hinein zu verschieben. Das werden wir euch auch zeigen. Aber wie bereits gesagt, wenn ein Fehler entsteht, bitte eher löschen und dann komplett neu anlegen. Bis zum nächsten Mal.